Ah, hallo, Dag. Wie geht es uns denn heute? Ach, ziemlich gut, Edward. Danke, dass du fragst. Im Übrigen, hast du schon erfahren, dass der German Sword Art es geschafft hat, endlich 1K Views auf YouTube zu bekommen? Moment. Weißt du das jetzt ernst? Ja, hier. Kannst mal ein Handy kurz haben, wenn du willst. Da kannst du kurz nachgucken. Ah, da ist er ja. Hi Leute, der German Sword Art hier. Ich würde mich ganz herzlich bei euch bedanken für die 1K Views auf dem Kanal. Ihr habt mir von Anfang an irgendwie auch gezeigt, dass ihr meine Videos feiert. Von daher auch durch mein Face Reveal mich motiviert, weitere Videos zu machen. Und jetzt sind wir bei 1K Views. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und ja. Außerdem, hier ein kleines Announcement. Zur Feier des Tages werde ich dann in den nächsten Wochen einen Trailer zu meiner neuen Serie hochladen. Zu den Northwestern Railway Stories, die von Edward erzählt werden. Und ja. Und ich will mich noch entschuldigen, falls ich jetzt nicht so oft irgendwas hochlade. Aber ich hoffe, ihr versteht es. Und dann würden wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.